hallo liebe leute und herzlich willkommen zur wahrscheinlich einer der letzten folge ja hoffentlich erwischt mich jetzt nicht gleich soll ich mich schon mal heilen ich das erst mal noch ich versuche mir irgendwie zu kommen nein das geht ja alles daneben ha 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 na du losche so dann hier erst mal was für ein schrecklicher tod na ja ehre wem ehre gebührt oder so möchten sie dies nehmen laborschlüssel ja was soll ich jetzt damit es ist elektronisch verriegelt aha muss ich also noch eben nur den knopf drücken sieht aus wie ein stein zur teilen für diesen raum denn die spieleräuert regeln jawohl da steht haben schon hallo chill bist du betrunken ab durch die tür ab dafür ab durch die tür ja bin ja bin ja bin ja sehr gespannt wie in flitzebogen was bei jetzt dazu zu sagen hat wenn er sieht dass wir wieder da sind so jetzt wohin jetzt verdammt verdammt war hier noch eine tür die wir noch nicht geöffnet haben hoch hoch h ha du also das hinten der raum ist das ist die tür da haben wir haben wir schon ähm hier ja waren wir auch schon überall hier warten ist nur noch die eine tür durch die wir aber glaube ich nicht gehen können wir gucken uns mal den schlüssel an hier und er hat einen spezialüberzug und sieht bedeutungsvoll aus ach generalschlüssel wo ist mein wo ist mein general generalschl äh generalschlüssel das heißt der schlüssel sollte eigentlich zu jeder tür passen mal gucken ob wir chris befreien können jetzt krissi krissi boi ich komme ähm ja na super Oh, Wiedervereinigung. Oh, ist das schön. Hey, Chris. Okay. Haben wir jetzt Chris und Schlepptau. Tatsache. Aber Chrissy Boy ist natürlich unbewaffnet. Wieder spitz. So, jetzt müssen wir nur noch irgendwo Barry finden und dann nichts mehr raus hier. Chris? Chris? Äh, ja. Aber Chris, du bist unbewaffnet. Super. Wir finden Chris direkt hinter der Tür als Häuflein, als so kleiner Fleischpatzen am Boden. Warum hast du mir nichts gesagt, Jill, dass da Monster sind? Sorry? Spoiler-Alarm? Okay. Weg. 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 Heels über das Gitarre. Klick, klick. Oh mein Gott. Nein. Jill. Oh nein, Barry. Ich hab's gewusst, er stirbt jetzt. Scheiße. Hi, Jill. Es ist dich. Barry? I'm really embarrassed to see you now. Just, just leave me. Go, go quickly. It's over, Barry. Wesker's dead. Is that so? Jill, will you do me a favor? This is my last wish. Please give this photo to my family. Will you? Sure. Forgive me, Jill. My God! Tja, Barrys Foto. Ein Bild von Barry. Irgendwas ist auf der Rückseite des Fotos vermerkt. Meine geliebte Moira und Polly. Ich hoffe, ihr werdet beide zu starken und schönen Frauen heranwachsen und eurer Mutter in schweren Zeiten eine Freude sein. Euer Vater wird euch allen vom Himmel aus zuschauen. Papa. Oh nein, Barry. Let's get going, Chris. We can't stop. Genau. Lasst wir Barry einfach hier liegen und rennen um unser Leben. Tja, um den schönen Moment auch ein bisschen zu versauen, ja. Oh, scheiße. Wollen wir jetzt? Speichern können wir nicht mehr. Das heißt, ich muss es jetzt auf den Drücker hinpacken. Tja, schade um den alten Barry. Das tut mir jetzt wirklich leid für ihn. Über wirklich. Weil Barry wurde auch nur verarscht. Von dem her tut es mir jetzt schon leid für ihn, ja. So, sie haben diese gerade benutzt. Generalschlüssel. Den kann er jetzt natürlich noch abwerfen. Dann hätte ich die Brandmunition doch mitnehmen können. Kacke. Mal gucken, ob die Magnummunition reichen tut. Wenn ich mich nicht ganz wünsche, finde ich hier, glaube ich, auch noch Munition. Ich habe das nicht ganz verstanden. Oh. Badarinski. Möchtest du dies nehmen? Batterie. Ja. Wie hat dies bloß hierher geschafft? Das ist doch die, die wir schon mal aufgesammelt haben. Nein, natürlich. Keine Munition mehr für mich. Kein Leben mehr für mich. Oh nein. Du musst dich schuldigen. Nachdem du hierher gekommen bist. Meine Damen, erst. Geh erst, Jill. Aber Chris. Geh mir eine Chance, einen schönen Mann zu spielen. Okay. Ich lasse es dir. Bis zum Heliport. Chrissy Boy spielt aber nicht den Helden. Ja. Okay, was war das für ein Schrei? Es klang für mich nach einem Hunter einfach in der tieferen Tonlage. Hier, was bist du? Möchten Sie dies nehmen? Leuchtragete. Genau. Das ist ein Feuerwerkskörper. Nutzer. Ja, er hat es gesehen. Jawohl. Ja, nice. Und er fliegt weg. Ah nein, er wendet. Okay, würdest du jetzt bitte hier landen? Was ist das jetzt? Hallo? Ähm, hallo? Ah, hier. Das war's. Ich glaub's nicht. Wir sind durch. Und dafür habe ich mir so viel Munition gespart. Hallo? 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 Ah, u lala? Ja, und bevor mir YouTube hier die Hölle heiß macht, mache ich das erstmal ein bisschen leiser, dass man das beinahe gar nicht mehr hört. Ja, das war Resident Evil 1, das Retro-Spiel. Ganz schön cool gemacht, muss ich sagen. Ich glaube, ich kann da schon ein bisschen lauter stellen. Ja, das war der erste Teil. Der zweite Erfolg zugleich. Ähm, aber ich muss, ach, muss mich einfach strecken. Aber ich muss erstmal diese Umfrage starten und gucken, für welches Szenario ihr euch entscheidet. Also es wird so oder so das A-Szenario sein, aber Leon oder Claire. Ja, genau. Ja, somit verabschiede ich mich von... Ah, nee, Moment, genau, ihr wollt ja bestimmt alle noch... Oh, ich höre schon... Nein, 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 Alter, nein, 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 warte mal. Oh, der Tyrann lebt also noch. So, Gesamtzeit 5 Stunden, 2 Minuten und 58 Sekunden, also fast 3 Minuten. Äh, Ansatz der Speicherung 10, gibt das irgendwas dazu? Ah, jetzt können wir nochmal speichern. Okay, meine Damen und Herren, ich danke euch herzlich fürs Zuschauen. Das war Resident Evil, der Directors Cut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war mal ein kurzes Spiel. Hm, okay. Nice. Ähm, ja. Gibt es von meiner Seite her eigentlich gar nicht mehr viel zu sagen, außer danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch eine angenehme Zeit. Wir sehen uns beim zweiten Teil wieder. Bis dann.